Saalfeld ist schön. Wir haben einen historischen Stadtkern. Das ist ja schon ein bisschen niedlich mit den vier alten historischen Stadttoren und sowas. Wir haben zum Beispiel auch Musikerkneipen, was so ein bisschen urig ist. Und du hast Natur. Ich wandere halt viel. 300, 400 Tönenmeter haben wir hier. Das hat schon Charme.